Ja, moin und willkommen zurück in den Lostlands. Da sind wir wieder. Geht weiter. So, Mädchen, was hast du? Wie ist sie hergekommen? Oh nein. Kiana? Warum ist sie hier? Wo hat sie diese Hand genommen? Warum? Ja, sollten wir nicht hinterher? Wir brauchen das Boot. Okay, wir brauchen das Boot. Oh, da liegt noch was rum. Guck mal. Eine Flaschenpost. Oh. Tatsächlich. Hm, mein lieber Freund. Was? Ja. Ich habe den Traum-Troll kaum besiegt. Er war riesig wie ein Fels und stark, aber langsam. Aber ich glaube langsam, dass ihr ihm die Axt nicht hättet wegnehmen sollen. Ich bin zwar aber gelockt. Aber seitdem ich das getan habe, habe ich eine Pechstereine. Oh, ich lasse den Schlüssel für die Kiste mit allem, was wir haben. Ich habe das Segel entfernt und niemand das Boot stehlen kann. Du wirst nicht weit von dem Boot eine Truhe finden. Dort liegt das Segel. Ja, das weiß ich zufällig. Aber mitnehmen können wir nichts. Wir könnten das halt schon mal... Ne, können wir nicht. Wir brauchen erst das Segel, ne? Und die Ruder natürlich. Ähm, ja. Ja, nun. Die Axt brauchen wir nicht mehr. Äh, die Spitzhacke. So, du kommst hier hin. Müssen wir erst hinterher? Vermutlich, ne? Aktiviere zum hinterher. Ähm, wir könnten ja schon mal das Ding da aufschließen. So, das hat funktioniert. Das ist eine Axt. Hervorragend. Ausgezeichnet. Warte mal. So, dann kommen wir hier nämlich auch ran. Ja, so geht das nämlich. Ka-ching. Oh, da haben wir Bock. Was unsere Freundinnen da im Gewächshaus wohl dazu sagen. Nun, hier. Bläh. Äh, ja. Okay. Zwei, drei Boote. Und was soll ich da machen? Oh, da fehlt noch ein Boot. Ach so, da fehlt noch ein Boot. Ja, da fehlt noch ein Boot. Gut, das heißt, also wir müssen erst hier lang, ne? Ja, gut. Kiana muss gerettet werden. Ich werde später noch da losgehen, wenn sie in Sicherheit ist. Hm. Das können wir schon mal durchschneiden. Ist jetzt keine gute Idee. Aber nun. Ja. So, da oben ist auch noch was. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Boot und Knochen. Ah, die Ruder. Da sind die Ruder. Ja, hervorragend. War das vorher auch schon da? Warum habe ich das nicht gesehen? Weil da mein Mikro in der Nähe ist. Deshalb. So, das Boot. Ziehe mit der Maus über das Spielfeld, um die Boote zu bewegen und sie in den Bucht mit den Säulen der entsprechenden Farbe zu führen. Okay. Natürlich. Okay. Warte mal. Geld muss da unten hin. So. Dann bringe ich dich schon mal da hin. Grün muss ja auch dort hin, ne? So. Ah, das war jetzt nicht die cleverste Idee, ne? War das gut? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das ist vermutlich nicht so gut, was ich hier tue. Ach so, warte mal. Halt mal. Das Zeug kann da nicht... Kann da nicht dran vorbei. Okay. So. Dann haben wir den schon mal richtig. Dann würde ich mal versuchen, grün da unten hinzubringen. So. Dann ist das zumindest schon mal in der richtigen Richtung. Ja. Okay, passt. Gut. Gelb muss da unten hin. Rot muss noch den Platz tauschen. Dann mache ich das erstmal so. Nee, warte. Warte. So. 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 Okay. Das könnte funktionieren. Zwei. Den. Nee, warte, warte, warte. Das war schon richtig. So. Einen weiter und dann ihr nach unten. Und das grün hier auch fast richtig. So. Jetzt müssen wir noch rot an die richtige Stelle bringen. Ach Mist, damit ist das grün wieder... Oh, ich muss rot erstmal... Äh, wie mache ich das denn jetzt am besten? Rot. Nee, so war nicht so ganz so gut, ne? Warte mal. Rot einen tiefer. Oh, nee, noch einen tiefer geht nicht. Aber so... Fast... Nee, das war nicht so clever. Ich mache es nochmal rückgängig. So. Rot scheint jedes schwieriger hier zu sein. Okay, versuchen wir es mal so. Ach nee, die Fässer können da nicht ran, ne? Hm. Kriege ich denn rot jetzt mal hier einen weiter? So kriege ich rot einen weiter. Okay, denn ist rot hier schon mal am Start. So, das passt schon mal. Okay. Jetzt den einen tiefer. So. Okay, das geht auch. Rosa. Noch einen. Dann passen rot und rosa schon mal da rein. Und jetzt... Und jetzt... Das so hin. Dann kommt nämlich gelb... Eintiefer. Äh, nee, eigentlich muss es zweitiefer. So, genau. Dann hier wieder zurück. Und du da hin. Nee, das war nicht klug. Oder? Ist das klug? Nee, das ist gar nicht klug. Ah, das ist gar nicht klug. Nee. Doch, warte, so. Ach, verdammt. Nee, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ähm, aber ich könnte mit dem hier spielen. So. Nee, damit bringe ich die beiden wieder. Ich dachte, den hier hin zu bringen. Aber dann bringe ich die beiden wieder durcheinander. So, ist cool. Warte, nee. Ach, shit. Mist, Mist, Mist. Ähm. Ein weiter, okay. Die beiden passen. Aber wenn ich jetzt hier dran rumrüttle... Ja, nee, das war nicht gut. Warte, doch, das ist gut. So, ein weiter. Und jetzt ist schon mal näher dran. Die können nicht weg. Dann nehme ich den hier einen tiefer, noch einen tiefer. Und jetzt den hier einen weiter nach da. Und so, jetzt haben wir's. Ja. Yes. Das Segel. Noch mehr? Nicht mehr. Okay, also, kann ich das einfach da so ranfummeln? Ich kann. Okay, das war ja easy. Gut. Und die Ruder. Und jetzt sollten wir auch schon los können, oder? Okay. Ach, dafür sind das ist tatsächlich Taggelage. Ach was. Okay. Und jetzt nix wieder los. Oder noch mehr, noch mehr. Nee. Los. Ah, geht. Okay. Ach, schön. Uh-oh. So, cool. So, aber bevor wir das hier tun, müssen wir natürlich erst mal wieder... Oh, was? Sammle Muscheln. Okay. Nee, es sind wirklich Muscheln gemeint, ne? Okay. Muschel. Da ist noch einer. Na, dreh die Fliesen, um das Krakenmuster zu vervollständigen. Was? Ach so. Ja, okay. Ah. Nee. Warten wir halt so. So. Ach, shit. Okay, so. Okay, so. Okay. Okay. So. So. Nee, passt noch nicht richtig. Äh. Verdammt. Okay. Jetzt. Da siehst du. So. Und? Muschel. Yes. Muschel. Muschel? Muschel. 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 Da ist nix. Da ist ne Muschel drin. Muschel. Ei. Muschel. Keine Muschel. Äh. Nix, 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 nix. Muschel. Keine Muschel. Da ist ne Muschel drin. Wie ist die denn da reingekommen noch? Muschel. 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 Ähm. Da? Ähm. Warte mal. 13 von 15. 2 haben wir noch. Da ist noch ne Muschel. Hm. Das da ist keine Muschel. Hm. Wo bin ich denn die letzte? Nö. 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 Das da ist auch keine Muschel. Hier ist nix drin. Unter dem Brett scheint auch nichts zu sein. Das da Muschel. Nö. Keine Muschel. Hier drunter irgendwo. Nein. Da. Okay. Hey. Eine Jakobsmuschel. Herrlich. Ne. Worauf ich eigentlich hinaus wollte war. Das da sammeln wir jetzt erstmal. Sammelgegenstände. Okay. Oh. Warte mal. Oh. Warte. 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 Schick. Das hätte ich eben mal. Gehen sollen. Okay. Nee. Aber hier wird nichts mehr angezeigt. Okay. Alles klar. Wir haben alles gefunden. Huh. Mei. So. Was. Wo haben wir denn das. Das Dingsobjekt. Hm. Noch nix. Da. Noch etwas. Okay. Alles klar. 11 von 30. Ich kann es nicht erreichen. Ich brauche etwas langes. Wie zum Beispiel ein langes Seil. Nein. Kein langes Seil. Okay. Hm. Hier ist. Minas Tirith. Nee. Nicht Minas Tirith. Wie heißt denn das? Ach shit. Die Moria. Hehe. Okay. Da ist nix. Was haben wir hier? Hm. Der vornacht zu urteilen. Aber etwas fehlt in der Kerbe. Okay. Sehr gut. Aha. Blockiert die Sonne. Ja. Du kommst aber nicht da rein. Okay. Nee. Du kommst nicht da rein. Wie komm ich da rüber? Irgendwie wird es schon gehen. Das sind Murmibären. Sie sind schön, schmecken furchtbar, sind nützlich für Tränke. Wir basteln noch einen Trank. Wenn ich die Wurzeln irgendwie zu mir ziehen könnte, ist das eine gute Brücke, um zur anderen Seite zu kommen. Na guck, geht doch. Dafür war das Seil gut. Aber wo kommt der Stein her? Okay. Wir können weitergehen. Ist hier denn sonst noch was? Nee. Das macht nicht so den Eindruck. Okay. Nein, halt. Warte. So. Äh. Jetzt. Okay. Oh nein. Wir sehen uns erst wieder um. Da ist doch eine Muschel. Das ist aber eine große. Ich kann sie nicht mit Gewalt öffnen. Bist du sicher? Scheint so. Na gut. Das nehmen wir mit. Und wo bewegt sich was? Wo bewegt sich was? Da bewegt sich nichts. Hier. Ach guck mal. Wer hat denn da sein Dings da liegen lassen? Ähm. Ein Teil der Figur in der Mitte des Schlosses ist Dings. Also fehlt. Natürlich fehlt. Das war ja klar. Ah. Wo bewegt sich was da? Nee. Das bewegt sich nicht. Hier ist auch mal irgendwas. Oh. Schade, dass die Brücke kaputt ist. Sie sieht sicher aus. Als die Wurzeln offenbar haben, war hier lange schon jemand mehr. Kann ich die denn mitnehmen? Nee. Kann ich nicht. Vielleicht mit dem Messer? Nee. Kann ich auch nicht. Ah. Na ja. Gut. So. Hier fehlt auch noch etwas. Da fehlen drei, zwei Glocken. Und da ist auch noch etwas. Achtung. Die Zeit. Jetzt gibt es wichtigere Tee. Ah. Hallo? Jetzt sagen wir nicht so herablassend hier. Hm. Also. Wo ist das Maufen-Objekt? Oh. Ich muss den Ast abschlagen. Klar. Kein Thema. Ast. Juhu. Okay. Aber. Komme ich da auch zu? Hi. Dir fehlt ja die... Wurde etwas erwischt. Ja. Da fehlt eine Tiara. Hm. Na gut. Da haben wir es. Yes. So. Der Ast. Kann ich damit hier drin rumbooten? Nee. Kann ich nicht. Aber ich könnte jetzt schon mal hier hinten durchgucken. Oh. Interessant. Dieses Symbol ist es wert, dass man sich merkt. Hat sie das jetzt auch getan? Nein. Hat sie nicht. Okay. Gut. Werden wir hier in der Nähe brauchen. Werden wir hier in der Nähe brauchen. Und die Frage ist nur wo und wie zu, zu, zu. Und was mache ich hier? Achso. Mit dem Ast komme ich da oben ran? Jo. Oh. Habe es gleich ganz kaputt gemacht. Toll. Vogelfigur. Ach ja. Damit kommen wir in den Rucksack. Aber erst mal. Du kommst hier hinein. Jawohl. So. Und da kommt die Vögelfigur hinein. Cool. Oh. Schneckenhaus. Wer hat das denn hier liegen lassen? Wer hat es da rausgezuppelt? Und ist danach dann über die Klippen gesprungen? Oh nein. Okay. Alles klar. Ich muss noch mal gucken. So. Das ist. Also erst mal das Grün ist dreieckig. Und das Blau ist ganz anders. Geht das tiefer? Nein. Geht nicht. Nein. Möchte ich nicht vertauschen. Okay. Vielleicht war das doch ganz gut. Du da unten hin. Du könntest da hinkommen. Du dann dorthin. Ich weiß schon. Das müssen wir noch in die richtige Reihenfolge bringen. Aber erst mal, dass es wenigstens so gut passt. So. Blau passt schon mal. Jetzt brauchen wir das nur noch rund umtauschen. Dann wird es auch was. Also. Du da hin. Nein. Halt. Halt. Nee. Völlig falsch rum. Du da hin. Irgendwas mache ich verkehrt. Was mache ich verkehrt? Wollen wir das alle anderen richtig machen? Moment mal. Ich muss jetzt den so rumdrehen. Das heißt, du kommst da hin. Du kommst dorthin. Du kommst da hin. Ist das richtig, was ich hier mache? Ich bin... Doch. Scheint so, ne? So. Es ist noch nicht genug, aber es kommt schon mal in die richtige Richtung. So. Okay. Noch ein weiter. Du kommst da hin. Du kommst dorthin. Das ist mir so lieber, als drüber nachzudenken. Boah, ich bin zu faul. Ja. Und so. Und letztendlich ist dann nur das Ergebnis wichtig. Siehste. Ne? Siehste. So. Nur, dass du Bescheid weißt. Katsching. Okay, alles klar. Renn in die Höhle. Wow. Wie cool ist das denn? Hey. Jo. Was ist los hier? Kiana, lass sie jetzt gehen. Hör auf. Wir halten sie nicht gegen ihre Willen. Ich habe sie verabschiedet. Sie hat sie nicht abdukt. Was für? Sie ist nur eine kleine Mädel. Wir sind in Höhle. Mal auf eine Zeit, unsere Irlande rutscht in die Luft. Jetzt die Magie, die hier verabschiedet hat, ist schweigend. Und unsere Menschen schweigend. Keiner weiß warum. Schau, er ist so schade. Er war schweig für Hilfe, so schweigend. Wir helfen ihn. Wir haben nicht Zeit für das. Jetzt gibt es andere Dinge zu tun. Aber was ist mit den anderen Geschichten, die du mir sagst? Ja, über die Wormeiden, die durch viele Angelegenheiten geht, um alle Hilfe zu helfen. Wir brauchen wirklich Hilfe. Meine Leute haben ihre Macht verloren. Wir können nicht die Irlande rutsch. Wir sind verabschiedet, ohne Magie. Okay, wir helfen. Aber wir haben nicht viel Zeit. Sag uns schnell, was ist das Problem? Da ist ein Tempel, am Boden des Irlandes, das hat seit vorhin geöffnet. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin sicher, dass die Linie der Magie da ist. Ja, hallo, überhaupt keine Frage. Selbstverständlich werden wir denen helfen. Ist doch wohl ganz klar. Was ist das denn da? Was für eine schöne Seerose. Sie riecht fabelhaft. Aber noch können wir da nichts mitmachen, ne? Nein, natürlich nicht. Wir müssen erst einen Trank bauen. Was haben wir denn hier? Ist das der Eingang? Das glaube ich auch. Ja. Das sieht geradezu verdächtig danach aus. Aber ich würde gerne erstmal... Nee, warte, nee. Ich würde gerne erstmal, wenn es keine Umstände macht... Ja, ich weiß, da sollen wir mal ran. Das da nehmen wir mit. Und das dann nehmen wir mit. Okay, alles klar. Gut. Beide gefunden. Jetzt können wir uns in Ruhe umsehen. Ritual oder Mechanismus verbunden. Nein, das funktioniert nicht. Hier ist ja was drin. Ich kann den... Ach, hier kann ich die Wand abschlagen. Ah, ja. Okay. Fliese des Brunnens. Sehr gut. Die können wir schon mal einsetzen. Bisschen Inventarmanagement betreiben, ne? Katsching. So. Nummer 1 hatten wir schon mal. Mh, dumm, dumm. Können wir hier noch irgendwo weitergehen? Nicht so... Ah, wie cool das aussieht. Da mit diesen vielen Wasserfällen. Cool. Wo kommt da das Wasser eigentlich her? Hm? Du? Hm? Okay. Gehen wir mal zurück. Hm. Hier ist nichts weiter. Da oben komme ich auch nicht ran. Okay, so. Na gut. Also, Muschel. Ich kann sie nicht mit Gewalt öffnen. Aber mit was dann? Das ist... Kann ich eine Flöte gebrauchen? Und da brauchen wir die Aare. Und hier brauchen wir die Glocken. Und hier... Boah, keine Ahnung, was ich hier brauche. Das offensichtlich nicht. Nein. Und hier oben... Jetzt habe ich Zeit dafür, ne? Äh, äh... Schaufel auszugraben. Ich habe sie irgendwo gesehen. Nein. Ernsthaft? Jetzt kann ich die Schaufel holen. Tatsächlich. Jetzt darf ich die Schaufel holen. Wie cool. Danke sehr. Reizend. Oh, achso. Nee, erst hier lang. So. Äh... Da oben. Zack. Und rums. Du gehst besser sowieso überall ran. Amulett? Du gehst besser überall ran. Uah. Hi. Du bist ja süß. Ist das ein Turtel? Wow. Hm. Wow. Tisi, hast du Hunger? Äh, ob ich wohl mit der Schildkröte Freundschaft fließen kann? Nun. Ja, du könntest es versuchen. Ah, die Frage ist nur, wie? Ähm. Warte mal, hier sind doch verschiedene Bären. Da zum Beispiel. Äh, diese Bären noch nicht, ne? Nützlich für Tränke. Hm. Ja, die noch nicht. Okay. Wie ist es? Ähm. Oh. Was ist denn? Wir examinern die Welle. Ein paar Tile sind missing. Ich denke, wir können die Entrance zu dem Tempel, wenn wir sie finden. Ein Teil der Tile könnte unten bleiben. In den Ruinen der Stadt, wo unsere Schildkröte sind. Wir sind weg, wenn unsere Schildkröte ist. Alas, wir können nicht da gehen. Wir werden sterben. Wie können wir da gehen? Hm. Gabriela kann dich aufbauen. Das ist unsere Tirtel. Und sie fliegt. Wenn sie will. Aber sie muss sich verabschiedet werden. Do we need to pet the turtle? Feed the turtle. Gabriela likes water lily pollen very much. If she accepts it from your hands, that'll mean she trusts you and will take you down. I see. Well, let's tame the turtle. Hm. Natürlich tamen wir die Turtle. Was denn sonst? Könnte ich die einfach mitnehmen? Ne. Wir finden sich viele Pollen. So. Und das geht. Staubefest. Okay. Super. Aber erstmal hier hinten wieder aufräumen. Ja. Da. Okay. Alles klar. So. Okay. Ach. Ihr habt es aber auch schön hier. Ihr habt es wirklich, wirklich schön hier. So. Hallo. Guck mal, was ich da für dich habe. Die ist schon wieder eingeschlafen. Ach nee. Eher aufwachen. Ach Mann. Hm. Hm. Das ist aber eine komische Schildkröte. Das ist aber eine komische Schildkröte. until the island rose into the air. I hope we can find the tile we need here. Hm. Ja, allerdings. Bedank dich erstmal bei der Schildkröte. Das ist eine kleine. Hihi. Ach, wie süß. Okay. Und überall Wilder pflanzen. Lux. Und überhaupt. Äh. Und da ist was zum Entdecken. Und da auch. Und da nicht. Und da nicht. Oh, komm hier nach. Aber wir kommen jederzeit wieder hoch. Das ist schon mal gut. Also nicht sowas von wegen abgeschnitten. Und dann kommst du dann nicht wieder hin. Und schade. Ich hätte da aber noch gerne was erledigt haben wollen. Wo ist denn zum Beispiel. Nun. Das hier. Da ist es. Ha. Morphing Objekt. 1435. Na. Den da nehme ich mit. Bleh. Ich glaube, das hier ist ein Zauberbrunnen. Wünsch dir was. Aber hier kommt irgendwas rein, ne? Oder ist das zumindest kaputt oder so. Hm. Okay. Was habe ich hier eigentlich? Artefakt. Ach. Da fehlen auch noch Teile des Ambulets. Na. Super. Okay. So. Da geht es wieder hoch. Dann lass uns mal hier oben sehen. Ähm. Okay. Der Eingang. Davon sind nur noch Ruinen übrig. Aber irgendwas wegräumen. Muss ich. Explosives finden oder so. Warte mal so. Ne. Bringt leider auch nix. Halt. Hier. Guck mal. Was da rumliegt. Da ist ja die Tiara für die Dame oben am Dings. Ähm. Am Baum. Und hier. Und hier. Ich werde etwas Besonderes brauchen, um diese Tür zu öffnen. Nun. Es ist nicht das Wappen, ne? Nein. Es ist natürlich nicht das Wappen. Gut. Kommen wir noch weiter. Ne. Jetzt geht es nur da. Können wir die Strange wieder beleben? Ne. Können wir die Tiara nochmal eintunken? Nein. Das Wappen waschen? Auch nicht. Okay. Gut. Wo geht es nach oben? Da geht es nach oben. Sorry, dass ich dich so oft belästigen muss. Aber irgendwie. Will ist das Spiel von mir? Oh. Okay. Danke für den Stab. Oh. Der Stab ist für. Entweder hier für die Muschel. Hallo. Jemand zu Hause? Nein. Also. Dann wohl. Hier für den Brunnen. Ist er nicht? Für wen? Ist denn der Stab? Kann ich den damit hier wieder alles rückgängig machen oder so? Das war so cool. Deswegen habe ich den Anfang von Phantom der Oper so geniebt. Weil dann alles wieder zurückkommt. Oh. Das war jetzt gespoilert. Okay. Ich höre auf. Es war aber nicht sehr gespoilert. Okay. Aber was mache ich denn jetzt weiter? Den Stab und den Schlangenschädel. Hat deine Schlange irgendwas mit? Nee. Hat sie nicht, ne? Nee. Kann ich damit das Tor auch nicht? Hm. Hier fehlen ja auch noch die Glocken. Und das hier fehlt noch. Hat das... Was hat dieser Stab zu bedeuten? Kann da irgendwas Dolles, Besonderes, Aufregendes? Hm. Okay. Hier kann der Mix... Doch hier, warte mal. Da kann ich dran gongen. Nein? Leider nicht. Mit dem Schlangenschädel kann ich auch nicht dran gongen. Okay. Ähm... Da mir nichts Besseres einfällt. Ich gehe mal zurück, weil jetzt haben wir Töchterchen ja am Start. Nee, nicht Töchterchen. Nichte. Du möchtest immer noch nicht, ne? Und den kann ich ja noch nicht nehmen. Können wir jetzt hier durch? Nein. Kiana muss gerettet werden. Ich werde sparen. Aber sie ist doch gerettet. Wo ist das Problem? Und warum kommen wir noch hier dran? Weil da das Ding ist... Oh, warte mal. Nee. Hm. Nun ja. Hier ist praktisch nichts mehr offen. Seine, wir können jetzt irgendwas von dem Spezialwerkzeug mitnehmen. Das brauchen wir nicht. Hier können wir noch irgendwas machen. Nee. Nee. Wird wohl später noch verwendet. Und ich kann hier den Stein runterdingsen. Nein. Dieses Seil hält einen großen Stein. Ja. Super. Mensch. Toll. Okay. Hm. Aber was weiter? Was haben wir denn hier noch offen? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, wie es weitergehen könnte. Ähm. Hier haben wir noch das da. Hm. Hm. Wisst ihr zufällig, was das hier für ein Stab ist? Nee. Wisst ihr auch nicht. Da ist irgendwas mit Sugar. Und sonst... Ach, hier war auch noch Zitrone. Genau. Irgendwas mit Zitrone. Hm. Aber wo zum Dings kommt das hinein? Wir könnten jemand zum Marok machen. Maron mag uns nicht sehen. Der will uns jetzt gar nicht sehen. Ah, hier. Warte mal. Der Schädel in den Schädel. Nee. Schade. Nun. Haben wir hier noch was? Da ist der Schlüssel. Da oben haben wir noch das Dingelchen. Aber ja, nee. Das passt jetzt hier mal überhaupt nicht. In diesem muss etwas sein. Hm. Genau. Die Einzelteile, die Puzzleteile hier. Okay. Gut. Mir fällt nichts Besseres ein. Deswegen, wir gehen auf die Fugu-Inseln. Und da gehen wir runter zu den Stadttruinen. Das können wir auch mal eben per Schnellreise machen. So, irgendwas können wir hier machen. Die Frage ist nur was. Also, Zauberbrunnen. Damit können wir unser Messer aufladen. Nein. Den können wir mit dem Wappen verschließen. Mit dem Schlangenschädel. Nee. Gar nichts. Einfach nur gar nichts. Sagt los. Ich habe hier jetzt einfach nur irgendwas liegen lassen oder so. Das wäre aber peinlich. Nee. Hier ist nichts. Gut. Was können wir hier machen? Habe ich hier was fallen lassen? Was liegen lassen? Was nicht gesehen? Glaube ich nicht. Stab passt nicht. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Ach komm. Du hast gesagt, ich könnte hier irgendwas tun. Okay. Hier oben. Cool. Nichts, nichts, nichts. Aber das passt doch alles nicht hier rein. Du passt da rein? Wieso passt du da rein? Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich echt nicht gesehen. Da ist ein Schlägel. Okay. Und ich nehme auch mit Wolfsschädel. Ach so liebe Zeit. Da ist er. Da ist er ja. Die Kapitanos halfen ihnen bei der Routineabläufe und ließen ihnen mehr Zeit für Forschung und Erfindung. Infolge dessen gewannen beide Völker und entwickelten sich rasch weiter. Doch einiges eines Tages verschwanden die Möpsis plötzlich und auf mysteriöse Weise und der Fortschritt der Kapitanos kam zum Stillstand. Und wir haben alle unsere traurigen Geschichten. So, hier kommt etwas rein. Da ist dieses Ritualbuch auf diesem Sockel. Sehr gut. Äh, das ist fein. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rin und Gong auf den Gong. Pass mal auf, so. Yeah. Oh yeah. Ach du liebes bisschen. Ne. Da sind ja die Typen. Der hält ein Buch in der Hand. Danke sehr. Noch mehr? Irgendwas hat er noch, ne? Irgendwas ist noch mit ihm. Und er... Das nehmen wir auch mit. Vielen Dank. Aber auch irgendwas hat er, ne? Was ist mit ihm hier? Er hat gar nichts. Okay. Irgendwas scheinen die immer am Start zu haben. Ist nur die Frage, was? Hm. Na gut. Ich hau hier mal wieder ab. Äh, ja. Gut. Mit Blick auf die Uhr. Wir machen hier gleich weiter und hängen die Glocken dort auf. Und können dann unten auch das Ritualbuch zurückgeben. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss. So. Okay. So. So.